EM-Rente ohne Strafabschlag für alle. Abschlag von 10,8% soll wieder abgeschafft werden. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe eine Anfrage erhalten zum Thema Erwerbsminderungsrente und auch zum Abschlag 10,8%. Worum geht es? Ich bin 2005 aus voller Erwerbsminderungsrente später dann in die Altersrente mit 10,8% Abzug gegangen. Ich bin Jahrgang 1946. Wird sich das in absehbarer Zeit nochmal ändern? So die Anfrage der Kunden. Der Abschlag von bis zu 10,8% bei einer Erwerbsminderungsrente oder auch hinterbliebenen Rente, beide Renten waren damals davon betroffen, wurde im Jahr 2001 eingeführt. Dieser Abschlag führte dazu, dass die Renten, die nach dem 31.12.2000 begonnen haben, massiv finanziell entwertet wurden. Menschen mit Krankheit oder Behinderung bekamen auf einmal eine deutlich geringere Erwerbsminderungsrente als diejenigen, deren Rente praktisch einen Tag zuvor, am 31.12.2000, als damalige alte Erwerbsunfähigkeitsrente begonnen hat. Ein Sinkflug in der Rentenhöhe, der de facto bis heute anhält. Auch wenn der Gesetzgeber mit der Erweiterung der Zurechnungszeit ein bisschen dagegen hält, sind EM-Renten in Deutschland im Durchschnitt wirklich Armuts- oder Hungerrenten. Aktuell können wir nicht erkennen oder sehen, dass der Gesetzgeber irgendetwas plant, diesen Abschlag abzuschaffen. Sie können sich nur, wenn Sie das auch so sehen, freuen, dass Sie ab dem 01.07.2024 wahrscheinlich bis zu 7,5% Zuschlag auf die Rente erhalten, weil Sie Ihre Altersrente wahrscheinlich unmittelbar nach der bei Ihnen 2005 begonnenen EM-Rente erhalten und deshalb dann den entsprechenden Anspruch auf den Zuschlag am 01.07.2024 haben könnten. Sie müssen ja bis dahin auch noch leben. Viele Betroffene empfinden den Abschlag als eine Bestrafung dafür, dass sie wegen Krankheit oder schlimmen Arbeitsbedingungen erwerbsgemindert geworden sind und nicht mehr arbeiten gehen können und deshalb auch große Einkommensverluste haben und diese Art der Rente beziehen müssen, um überhaupt zu überleben. Ich fordere die Bundesregierung ultimativ auf, schaffen Sie endlich diesen Abschlag ab, machen Sie diesen schlimmen Fehler, diesen wirklich sehr, sehr schlimmen sozialrechtlichen Fehler wieder rückgängig und beenden Sie hier diese Ungerechtigkeiten. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Vielen Dank.